willkommen zu einem neuen video und ja leute ihr habt im titel gelesen heute reagiere also heute reagiere ich auf intros die für mich einer erstellt hat also nicht was heißt ja das heißt ja also ein youtuber ihr könnt ihn gerne abonnieren legen das in der video beschreibung und ich grüß dich auf jeden fall xx könnt ihr gerne abonnieren links in der video beschreibung auf jeden fall korrekt er musste er hat 299 abonnenten ein abonnenten 300 macht die 300 voll auf jeden fall ich sage immer ja leute das sind leute und nicht leute ich bin dumm ja auf jeden fall auf jeden fall leute m auf jeden so jetzt noch mal auf jeden fall der hat für mich drei intros erstellt das video wird sehr kurz sein denke ich mal erst mich direkt erstellt und ja das ist das erste und ja ich würde jetzt darauf reagieren ja ich würde darauf reagieren ja von wir haben die meisten leute ich muss sagen richtig geile effekte dass ich würde es auf jeden fall ich mal die beiden intros dann noch und dann ich glaube sogar ältert das ist geil nur sehr kommen wir zum zweiten und so ja leute das zweite intro und ja mal gucken was der liebe so macht mich ja und allen dort und 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 ja leute erstmal werbung so erstmal easy werbung für super spaß heute nein keine werbung bis zu natürlich ja also effekte sind zu prüfen zeichen und soja das ist nein ist auf jeden fall das finde ich gut ja und da kommen wir auch zum letzten intro zum letzten ja das ist auch das letzte das dritte intro video ist so verdammt kurz ich schwöre leute entschuldigung das ist wirklich so kurz ist soll die leute aber ja weil der wollte unbedingt dass ich auf seine introserie hier und ja das mache ich ja jetzt ja kommen wir auch zum dritten mal was ich muss doch sagen das ist echt geil mit den farben und so ich muss sagen das ist echt nice ja ich feiere das auf jeden fall das ist geil mein favorite war das erste das werde ich benutzen auf jeden fall sehr viel wird ihr habt schon am anfang gesehen das intro weil ich das dann ja benutzen werde ja wenn es wieder gefallen lassen daumen hoch aber nicht vergessen und ja schaut bei xx vorbei link ist genau links in der videobeschreibung und ja schaut euch die ich kann mich auch einfach get away ja